Musik 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 Ähhhhh Was was Du kannst hier mal So Weißt du Machste dir so ein Hier mach ich zu Auf der Seite Ähm Ach du Scheiße Ich glaub ich hab jemanden Sehr dolle verärgert Bleib zu Ich nehm ja schon alles mit Ich bin ja schon dabei Gewitterntecke Das hatte ich bis jetzt Das ist glaube ich das zweite oder dritte mal gerade mal Dass ich Gewitterntecke habe also Gewitterntecke Minecraft hatte ich schon öfters Aber sontecke jetzt Ich glaub nur einmal Oder zweimal Alter Mieser Motherfucker Alter Schwer Junge Wie lange willst du eigentlich Dass ich hier unten In dieser Höhle hocke In dieser Schlucht Und hier alles Abbaue Wie lange willst du dass ich hier hocke Anscheinend lang genug war Naja Wir haben jetzt Jetzt beruhig dich Bruder Wir haben ja erstens Zeit Und zweitens Sind wir sicher Bis jetzt Und solange unsere Taschen noch nicht zu Füllen Muss ich noch nicht hoch Läuft bis jetzt alles Bis jetzt Bis jetzt bin ich noch in einem Wunderbaren Flow drin Da geh ich später entlang Kann mir aber jetzt schonmal einen Weg drüber bauen So Du willst Ach da war ich schon Okay das geht ja so im Kreis Komm wenn ich jetzt schon hier bin Und hier stehe weißt du Und das so Alles um mich herum ist Dann nehme ich das auch jetzt schon gleich mit Dann habe ich den Weg nicht doppelt Also Weiter jedet So Hier ich sag's dir Alter In dieser Höhle hier wird gar nichts mehr bleiben Gar nichts wird hier übrig bleiben Da Das war jetzt mein Fehler So Da hab ich die Laber Neujui Ehm Ist das so so genau Ehm jetzt sind wir da auch meister aufgabe erledigt meister hier redstone mega geil du kommst hier nicht voran weil du findest überall immer wieder eine neue hülle, dann geht es wieder ein neuer runter dann sind da wieder andere erze, wieder noch mehr erze alter, um aufzugebittern, Junge boah richtige farming session hast du es bald? ruckelkönig, hallo danke sehr so sieht's aus so sieht's aus ich muss jetzt irgendwo mal wirklich so ne Grenze ziehen wo ich sage ey, ich muss jetzt weiter ok, hier ist Ende auf der Seite boah ey so nächster stack Eisen, das heißt wir haben zwei stacks Eisen schonmal läuft gekifft so Oh ne Scheiß ey Ich hab so ein Schweineglück Hier in dem Spiel Das ist einfach nur unzumutbar Das ist einfach nur Arsch Ey Das ist eigentlich so mega geil Jeder würde sich freuen Ey Ich freu mich auch Ganz ehrlich Ich werd hier so zugeschissen Mit den Erzen Das ist ey Oh das war grad mega gefährlich Hätte ich nicht machen dürfen Ich muss vom Weiten abbauen So ungefähr Bei der Höhe ist das Ziemlich fucking gefährlich Aber nicht so ziemlich fucking Sondern richtig fucking gefährlich So Ganz ehrlich Wir brauchen Eisen Viel auf jeden Fall Also Leute wir sind ja schon Level 30 Alter wann ist Alter das Wieder Eisen Wann sind wir Level 30 geworden Ey Hab ich ja gar nicht mitgericht So hier ging's hoch Ab in unsere Schlucht Komm nehmen wir auch mit Können wir ja Wir haben noch eine Tasse Ach da oben ist ja noch Eisen Ja So Alter ganz ehrlich Das ist langsam Nie mehr feierlich Oh man ey Weißt du Witter Wisst ihr was Ey Ne Ich schreib's euch Gleich Ey ich sag's euch Oder schreib's hier gleich In den Minecraft Chat Damit ihr euch das Aufschreiben könnt Und nach dem Lied schauen könnt Weil ich werd's 100 pro Wahrscheinlich vergessen In die Beschreibung reinzustellen Den Link Von dem Lied Und deswegen Schreib ich ihn jetzt hier gleich In den Minecraft Chat So Alter Das Gewitter geht mir langsam Auf den Sack Ich nehm gleich den Rest noch mit Ist ja okay Alter da ist wieder Ja mein Gott ey Sag mir nicht Das ist nicht unnormal Also Ich weiß Es gibt in Techit Millionen von Erzen Es gibt wirklich Richtig sau viele Erze Ne Also wirklich Das ist Ungelogen ey Gibt's da lockerst Um die 50 Erze Ja An einem Fleck Auf jeden Fall Deswegen Es gibt hier in Techit Wirklich Ne Menge Erze Und wieder Zwei Inventarplätze So weiter geht's Mit der letzten Spitzhacke Wenn die down ist Geh ich nach oben Ich glaub ich muss Früher nach oben gehen Ich weiß Ich bau das jetzt Grad nicht ab So Noch irgendwo Irgendwas Wichtig gibt Dann geh ich jetzt Nach oben Ach ja genau Hier müsste ich ja noch Da oben Oh ne Ich geh jetzt wieder zurück Es reicht Farmen Ende Fürs Erste Ich komm später ja nochmal wieder Hier müsste ich aber noch Ne Fackel machen So Ach Leute Da hab ich sogar noch Erz Übersehen Wie geht das denn Das geht ja mal gar nicht klar Wieso übersehe ich hier einfach mal Rubin Das geht ja mal überhaupt nicht klar Was soll denn das Wieso Wieso Sag mal wieso Übersehe ich So was Das geht ja mal gar nicht Ne Ne Nein 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 So Ja Wir haben einen kleinen Tunnel gebaut Würde ich mal sagen Ja der ist relativ klein Nein So Wir raschen jetzt wieder nach oben Nun Ähm Alter Ich sehe es schon Ich sehe es schon Wir machen es mal kurz komplett anders Das hier können wir noch kurz drin lassen Nehmen was so Weil ich brauche jetzt mal kurz Holz Holz müsste in der anderen Kiste Da genau da ist Denn ich muss mal kurz Gib mir mal ein bisschen mehr So danke Ich muss mal hier kurz ne Kisten machen So 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 warte mal Aaaaaaah 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 So erstmal das was ich nicht so Nicht so brauche So wie Cobblestone So wir wollen ja nichts verschmieren So ok Bisschen mehr Platz habe ich ja jetzt Das ist ok Nehmen wir hier Alter Ähm Ja Bisschen Bisschen So Wie war das jetzt Ähm Wenn ich mich nicht irre War das so Und dann Yeah Ne Iron Chest So Chest So Kann man die Black Gold Chest machen? Ne kann man nicht Ok Äh Danach kommt ne Gold Chest Alter Ok Sehr Goldintensiv Aber wir haben ja jetzt ein bisschen wieder wat Jetzt haben wir auf jeden Fall wat Ähm So Kimiert ist Gold Eisen haben wir auch genug jetzt erstmal So Und jetzt wollen wir eine Dia Chest Mit Diaz um Ne Glas Sechs Glas Ok Und zwei Diamanten Übrigens wie viele Diaz haben wir jetzt 14 Diaz Ok Ähm Kamama Glas Kamama Glas Ne wir haben Wir haben aber Sand Wir haben Sand Dann packe ich mal kurzer Sand so lange in den Ofen Das geht mal pennen Denn es ist Nacht Und jetzt schreibe ich schon kurz in den Chat Den Namen des Leaders So Wo haben wir die Infected Mushrooms Da haben wir die Infizierten Mushrooms So und das hier ist das Original von dem Typen der es auch gemacht hat so Von dem stammt das wenn ich mich jetzt nicht irre Und genau das ist der Titel hier Where do I belong Und hier ne Das hier könnt ihr euch alles aufschreiben So Und äh Ja Uh guck mal Bam Jackpot Yeah Wir machen uns die erste Diaz Ist aber auch mal nötig ey So wie macht man den hier Ach komplett mit Ja ok Mach mal gleich ne Crystal Chest Hab ich gehört Ist ja kein Ding Hab ich gehört Und die wird komplett für Erze sein Für nichts anderes Nur für alles Hier was Material und so angeht So wie Eisen Und so ne Scheiße Alles halt Was wertvoll ist Außer Cobblestone Und den anderen Scheiß Das sind keine Baumaterialien Das sind nur Ja ihr wisst aber schon was ich meine Ich weiß was ich bauen will Alle wissen was ich meine Alles super Nein Pole Wir wissen nicht was du meinst Erklär es uns besser So Äh Hier Sag 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 Rein damit Alles was so Erze Und so Angeht Kommt da rein So Bisschen Ordnung schaffen hier Geht ja mal nicht So Wird man Wird Es Na ich weiß nicht Clay als Na eigentlich ist Ja Baustoff Weil das andere Was ja Clay nicht Inkshex ist Nichts aus der Höhle Das aber Genau wie Uranium Und Das war's Ja das war's Ne hier ist noch Mann ich bin blind Ähm Ja jetzt war's So das ist alles Was hier reinkommt Ich Das hier So Zack Ja dann sieht man schon mal Wir haben hier knappe Wirklich fast ganz knapp Zwei Stacks Eisen Das heißt vier Stacks fast Eisen Äh fast ein ganzes Steck Gold noch hinzu Ja wir haben auf jeden Fall eine kleine Menge Und zwei Stacks Kohle kann man machen Kann man auf jeden Fall machen So sieht's aus Ähm Ich weiß gar nicht Kann ich dazu Dem machen hier So Dem Programm Ich würde einfach mal sagen Ich bin nicht wieder da Also Bis Ähm Gleich So Gott Weg Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Schnell Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.